Jetzt kommt hier eben den Spansky, den Herrn Ull, Josef Ull, Josef K. Ull, bitte, Applaus, Applaus bitte, und dieser kleine Mann, der große Mann, er ist ein großer Mann, aber in dem Fall ist er nur klein, aber er hat ein kleines Standteil für euch. Bitte, Jugendliche unter 25, bitte hinaus, vor die Türe. Ganz kurze Aufmerksamkeit, lieber, die brauche ich nicht. Es dauert nur zwei Minuten. Hat der auch Glässe auf? Ja, obwohl. Ich hoffe, ich kann nicht mehr ein Skript mehr da hören. Wozu ist so ein Hund da? So, lieber Josef. Er kommt ja ein bisschen schneller. Der Schöne ist ja bis nicht, aber der Einzige ist nicht. So, lieber Josef, es kann beginnen werden. Jetzt wollte er es aber nicht. Perfekt. So, der Josef, der bleibt noch eben in seinem Gebetbuch. Malchispratzbeamte in Malchisprat, die glauben, sie haben Drogen im Lauf, Feuer, Unwiderstehlichung anziehen. Aber halbes Dutzend ignoriert, Foxinger, keine Maler. Platzfarben im ganzen Land, zu viele Farben, rosa, vielleicht verbranntes Jena, auch im Künstlerhaus. Ja. Der Bucke kotzt, da habe ich eine steile Stiege, LSD, auf Linke Interesse, bei den Diefenkeller, Arbeitskollegen in der Ekantadokerei, die glauben, sie wissen, dass wir mit dazu diverse Heinriche und Musikuse, die stöckte Schuhe schreißen. Und die, die überhaupt saufen, 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 und so was passiert in einem Nebelverhang in den Dezemberabend in diesem Scheiß-Kaffee. Herr Gerard trinkt, ein kleines Bier, seine Frau, rot bekleidet, lächelt hin und her, unter Ocken, Roll war drinnen. Darin knallt er auf den Boden, aber, aber, da kommt ein Fischer daher, ein Fischer, ein Fischer vom Bodensee. Er wohne ich, da war mein Arbeitskollege, ich schätze dich sehr, und ich habe mit seiner Ehefrau... Vor langer, 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 langer Zeit, am Ende der S1-2. SPÖ-Palle haben wir die Tanz entachtet, dafür ihr... Verunterrohrkabel. Genau. Verunterrohrkabel. Verunterrohrkabel. Hast wirklich mal ein gutes Gerät. Herr Wohli. Verunterrohrkabel. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Sollten normalerweise Kerner Lieder beginnen, aber wir scheißen uns auf diesen Liedgesang, und du, und du schiebst den Rocksang... Und meine Zunge... Und meine Zunge... Für ein Zick-Zack über deine Schenkel hoch, wilde Abendwolken betrachten, die Mondschaukel, diese beschissenen SPÖ-Leute, Diese... Diese... Watzhäufer... Ratza... Rotza... Und King Kong... Nimmt mit Gewalt die weiße Frau. Zwei, drei, vier, fünf, aufgelassen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh yeah. Das war's. 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 Jawohl, Tanny! Jawohl, Tanny! Hey! 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 Das geht, Tanny! Das geht, Tanny! Das geht, das geht! Nochmal mich immer! Auf! 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 Oh! Hey! 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 1! 1! 2! Das war's für heute. Da ist doch mal der Hund, wie der Gläer hat mit seiner Dorit-Danschen-Kon. Oh, wenn ich in den Dorf, da lau' ich, da hau' ich, da hau' ich, da hau' ich für den Weg. Bis das der Tag am Rieck, nach Hause gehen wir nicht, nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht.